So, willkommen zur nächsten Session. Diesmal geht es um ein sehr ungewöhnliches Thema, nicht einfach nur Internet und Technik, sondern es geht darum, letztendlich die Technik mit den Vorhersagen oder mit den Bewegungen und Messen von Tieren darzustellen oder zu kombinieren. Lukas hat sich mit dem Thema Fledermäuse und die Zählung von Fledermäusen beschäftigt und möchte uns jetzt erzählen, wie er das gemacht hat und was so seine Erkenntnisse dabei sind. Vielen Dank, Lukas. Hallo erstmal. Mein Vortrag heißt Internet of Beds. Das ist nicht der Titel meines Projekts, das ist jetzt erstmal nur ein Vortragstitel. Wir suchen noch einen besseren Titel, weil irgendwie wollten wir das nicht mit so negativen Begriffen wie Internet der Dinge verbinden. Ja. Ja, erstmal zu mir. Ich bin, also mein Name ist Lukas Schauer. Ich bin Student, ungefähr 23 Jahre alt gewesen, als ich diesen Vortrag zum ersten Mal gemacht habe. Mittlerweile eher 24 fast. Ich mache Dinge mit Software und Hardware. So ein paar Projekte, die ein bisschen bekannter sind, sind Letzencrypt.sh, mein Selbstbau IP-KVM und das Internet of Beds. Manchmal finde ich versehentlich Sicherheitslücken bei einigen Anbietern wie Apple, Ubiquiti, bei Uberspace und bei einigen anderen. Ja, und in diesem Vortrag geht es halt jetzt um dieses Internet of Beds, was halt letztendlich Soft- und Hardware-Projekte sind, zur Überwachung von Fledermaus-Bewegungen unterschiedlichster Art. Das kann jetzt zum Beispiel an dem Eingang eines Quartiers sein oder aber auch einfach nur an einer bestimmten Stelle in einem Wald oder sowas. Ja, die Vorgeschichte ist, ich bin Mitglied der Ding-Fabrik. Das ist eine offene Werkstatt in Köln. Und irgendwann kam so eine Mail bei mir an. Hey Lukas, mir wurde empfohlen, du machst doch so Dinge mit Hardware und Software. Hast du nicht mal Bock? Wir könnten doch da mal so Projekte machen. Ja, und dann haben wir irgendwie so ein bisschen da geredet, was da überhaupt Sache ist, was passieren soll. Wir wollen irgendwie die Tiere halt schützen und müssen daher wissen, wie viele Tiere überhaupt wo sind. Und ja, dann haben wir erste Experimente mit Lichtschranken gemacht. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Das hat Spaß gemacht und seitdem sind wir jetzt eigentlich an diesen Projekten dran. Das sind jetzt, glaube ich, seit, ja, bestimmt vier Jahre oder so. Es geht immer so ein bisschen langsam voran, weil wir machen das eigentlich in unserer Freizeit und immer nur so nebenbei. Und so ein paar Sachen setzen dann immer so einen Schritt zurück, wodurch halt das Ganze so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Also letztendlich sind unsere Projekte aus drei größeren Projekten. Das sind Lichtschranken, wie ich schon gesagt habe, Ultraschall-Rekorderboxen und die Idee Triangulation von kleinen Sendern, die teilweise schon an die Tiere befestigt werden. Ohne, dass die natürlich dabei verletzt werden. Dass man die halt trianguliert über Software-Defined Radio. Und wir wollen zum Schluss eine Webplattform anbieten, bei der Anleitungen zur Verfügung gestellt sind, wie man diese Boxen selber bauen kann, sodass theoretisch jeder sich so eine Hardware aufbauen kann. Wir wollen die Daten visualisieren und letztendlich alles so einfach machen wie möglich, damit möglichst viele Leute daran teilnehmen können und natürlich alles Open Source. Ja, wer ist dabei? Das ist erstmal Martin. Der hat mich vom Bonner Arbeitskreis für Fledermaus-Schutz oder sowas. Der hatte mich damals halt angeschrieben. Der macht bei uns in Anführungsstrichen die Projektleitung, sammelt Ideen ein, ermittelt das Interesse unter den generellen Fledermaus-Freunden, weil er halt viele Kontakte hat und baut an den Recorder-Boxen ganz fleißig und baut für unsere Projekte auch generelle Rahmen und Boxen, damit wir irgendwie was Stabiles haben, was man halt irgendwo platzieren kann, ohne dass es direkt kaputt geht. Dann haben wir Peter. Der ist jetzt erst seit kurzem dabei. Der macht ein Skript, was Lautanalyse und Artenermittlungen macht für unsere Ultraschallaufnahmen. Das ist relativ komplex und ziemlich cool, was da am Ende rausfällt. So können wir halt theoretisch durch unsere Ultraschallaufzeichnungen ermitteln, welche Arten von Fledermäusen irgendwo unterwegs sind. Dann haben wir Simon dabei. Der macht Konzeptionen zur Datenvisualisierung. Und ich mache Hardware, Firmware, Software, eigentlich alles, was mit Elektronik und der Software da zu tun hat. Ja, warum machen wir das? Aus Sicht des BAF, also von der Arbeitskreise Fledermaus-Schutz, natürlich der Fledermaus-Schutz. Und es geht da halt natürlich darum, Sammlungen von so vielen Informationen wie möglich, wo die Fledermäuse sind, wie viele da sind. Ja. Und für mich ist es halt der Spaß am Hard- und Softwarebau und mal so ein bisschen was rumzuprobieren. Für das, was wir machen, gibt es theoretisch fertige Produkte. Aber die sind alle sehr, sehr teuer. Also die stellt sich nicht jeder einfach mal eben irgendwo hin. Und die sind funktionsmäßig begrenzt. Also zum Beispiel gibt es ein paar Lichtschranken, ein paar Rekorderboxen. Aber das sind alles dedizierte Geräte, die man irgendwo hinstellt, sich später die Daten auf seinen Rechner rüberkopiert, dort eine kommerzielle Auswertungssoftware nutzt und ja, dann hat man für eine Lichtschranke zum Beispiel die Daten. Und das ist halt, kann man machen, ist für so Einzelexperimente ist das ganz nett. Aber wenn man halt was Großflächiges will, dann funktioniert das einfach nicht mit den fertigen Produkten. Außerdem gibt es zum Beispiel zu den Ultraschallrekordern, der aktuelle Weg, wie das gelöst ist, ist, dass Menschen im Wald rumlaufen mit Ultraschall-Down-Samplern, so dass man das hören kann, was da in der Luft ist. Und naja, da ist halt das Problem, das sind auch alles ehrenamtliche Leute, die laufen halt vielleicht eine, vielleicht zwei Nächte durch den Wald. Danach ist es aber auch vorbei. Die haben keinen Bock mehr, die werden müde und das funktioniert einfach nicht. Deshalb bauen wir halt unsere Artwehr selber und versuchen es alles so automatisch wie möglich zu machen. Ja, ich fange mal mit der Kategorie Lichtschranken an. Das Ziel ist ganz klar, hier die Tiere zu zählen. Wir hatten da mehrere Konzepte, viele Probleme und wenige Lösungen. Wie das halt so ist. Ja, also das erste Objekt, was wir hatten, das war ein Dachstuhl in Abreg, beziehungsweise das ist immer noch unser Haupt-Experimentier-Quartier. Da gibt es halt ein dreieckiges Fenster an einem alten Dachstuhl und da haben wir halt irgendwie Messungen gemacht, uns das alles angeguckt und dann angefangen dafür mal Hardware zu designen. Was haben wir da designt? Also, unsere Idee war, wir bauen erstmal einen dreieckigen Rahmen und dann wollen wir da Lichtschranken drin haben. Wir wollen auf jeden Fall zwei Ebenen haben, damit wir wissen, fliegt ein Tier rein oder raus. Äh, ja. Äh, du, du, du. So. Ähm, ja. Also, genau. Zwei Ebenen, damit wir wissen, in welche Richtung fliegt so ein Tier. Aber jetzt haben wir noch das Problem, äh, das ist halt Infrarotlicht und da zieht auch so ein paar andere Sachen dahin, ganz viele Insekten und sowas. Und eigentlich wollen wir dann auch wissen, wie groß ist das, was da gerade durchfliegt. Deshalb haben wir halt nicht nur die zwei Ebenen, sondern auf jeder Ebene dann tatsächlich 24 Lichtschranken. Eine Lichtschranke besteht letztendlich aus einer LED und einem auf der gegenüberliegenden Seite, äh, positionierten, äh, Fototransistor. Ähm, wir haben die, äh, LEDs und die Fototransistoren in Röhrchen montiert, damit die gegen Störlicht so ein bisschen isoliert sind. Ich mach das jetzt mal gerade wieder an, das ist sonst so dunkel hier. Äh, und ja, äh, das war so die Idee. Wir richten das aufeinander aus und dann haben wir genau für jeden einzelnen Wert, also 48 Werte, die wir lesen, dann so eine Angabe, ist da gerade was, was das unterbricht oder nicht. Ja, bei dem ersten Aufbau hatten wir noch kein Multiplexing, was leider dazu geführt hat, äh, dass wir, äh, über 240 Kabel montiert haben, über 600 Lötstellen hatten, äh, ja, da irgendwie so eine, äh, Woche dran verbracht haben, alle sehr verzweifelt waren und es irgendwie doch dann keinen Spaß mehr gemacht hat, diese Woche. Ja, äh, zu viele Kabel, zu viel Lötarbeit, die Ausrichtung der Röhrchen war schwierig, weil, äh, ja, man denkt sich so, wir richten die aufeinander aus und dann funktioniert das und dann denkt man sich so, ja, und jetzt vergießen wir das irgendwie. Und dann kommt man auf die tolle Idee, wir nutzen dafür Heißkleber. Nee, ist keine tolle Idee, weil Kunststoffführungen, die haben sich verzogen und, äh, äh, ja, nachher hat die Hälfte nicht mehr funktioniert und wir durften eigentlich nochmal alles neu ausrichten. Dazu kommt, äh, bei über 600 Lötstellen, äh, dass natürlich teilweise die Lötstellen auch nicht ganz vernünftig waren. Das heißt, wir hatten einige kalte Lötstellen und generell auch ein paar Wackelkontakte, teilweise tatsächlich sogar in den LEDs drinnen und sowas, was ziemlich nervig war. Ja, ja, und, äh, ja, aber zum Ende haben wir es dann doch irgendwie hinbekommen, dass die meisten, äh, Lichtschranken in diesem Rahmen funktioniert haben und konnten weitermachen. Ja, zur Elektronik, was steckt dahinter? Äh, die erste Version unserer Elektronik hatte ein Raspberry Pi, äh, eine Echtzeituhr, damit wir wissen, wie spät es ist, damit wir das in unseren Loks haben, ein Arduino Mega, damit wir die, äh, Lichtschranken alle auslesen konnten, einen UMTS-Stick für Internet, einen, äh, Wetterstationsempfänger, eine Relaisplatine zum Resetten von USB-Geräten, weil das Raspberry Pi das leider nicht selber hinbekommen hat, äh, und unser UMTS-Stick immer nach ein paar Tagen bis Wochen ausgefallen ist. Ja, dann gab's wieder Probleme. Erstmal vorweg, äh, Pro-Tipp, Kabel brauchen Platz. Ja, äh, äh, ansonsten, Raspberry Pi ist leider relativ häufig weggecrashed und bei dem spezifischen Gerät, was wir da hatten, gab es den lustigen Effekt, dass es SD-Karten mit in den Tod gezogen hat. Äh, tatsächlich, äh, SN-Hardware und nicht nur das Dateisystem kaputt gemacht oder sowas, was man ja noch gerettet hätte bekommen können, aber nee, die konnte man danach wegwerfen. Äh, wir haben dann gedacht, ja, wenn man sich so die Box anguckt, da sind überall so Kabel und irgendwelche Platinen, vielleicht liegt das ja an unserer Elektronik, man weiß es ja nicht. Alles ausgebaut, einzeln getestet, nee, es liegt am Raspberry Pi. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir Elektronik Version 2. Das ist echt, äh, man sieht echt wenig. Diese Beamer, ey. Also, äh, letztendlich ist das jetzt umgerüstet auf dem BeagleBone Black. Es gibt keine Relaisplatine mehr, weil das BeagleBone kann den Stick selbst resetten. Äh, und wir brauchen auch keinen USB-Hub mehr, weil die Geräte, die wir vorher über USB anschließen mussten, konnten wir bei dem BeagleBone direkt über ein, äh, integriertes Ursaat integrieren. Alles wunderbar. Ja. Äh, und wieder Probleme. Dieses Mal tatsächlich nichts von unserer Seite aus, sondern das Problem war, wir haben alles fertig gemacht und zum Schluss, äh, erreicht uns die Nachricht, ja, das BeagleBone Black ist jetzt leider nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Ja, war dann auch relativ lange nicht verfügbar. Mittlerweile ist es das wieder. Ich kann das Board auch nur sehr empfehlen. Das funktioniert echt gut. Und, äh, in zukünftigen Versionen werden wir wahrscheinlich da auch wieder drauf wechseln. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt plötzlich nicht mehr verfügbar und wir haben uns doch so ein bisschen geärgert. Ja, der Software-Stack, äh, ist jetzt mal eine etwas textlastigere Folie. Letztendlich, äh, haben wir ein paar Logging-Skripte. Das ist einfach in Python geschrieben, nimmt die Daten entgegen, die aus den Wetterdatenempfängern kommen und die aus dem Arduino rausfallen und schreibt das eigentlich nur in ein paar Dateien rein, die nach Tagen sortiert sind, sodass wir das relativ einfach rauskopieren können. Dann haben wir eine Chain für die Datenübertragung. Das ist, äh, UMTS-Keeper und Sarkis 3G, damit der UMTS-Stick funktioniert. Und OpenVPN, äh, damit wir eine Verbindung haben, bei der wir garantiert wissen, wo dieses Pi gerade hängt. Dann SSH und RSync, um die Daten zu kopieren. Und, ja, das war eigentlich so das Wichtigste. Wir haben dann noch einen SMS-Logger eingebaut, äh, weil manche Provider kommen auf die geile Idee, man könnte ja, äh, so SMS senden, wie, äh, ja, wenn du dich nicht bald meldest, dann ist dein Vertrag irgendwie weg oder sowas. Und, äh, ja, die kommen nur per SMS, weil, ist halt so. Und deshalb mussten wir da noch was integrieren, damit wir die auch bekommen. Äh, äh, zusätzlich gibt es noch einen Wake-up-Call. Das ist letztendlich nur, wenn das Ding bootet, sendet es kurz ein SMS, hey, ich bin gerade neu gebootet, das ist so und so viel Uhr. Einfach nur, damit wir wissen, wenn Strom weg war oder wenn irgendwas gefailt ist, waren noch die letzten paar Zeilen vom Log auch drin, sodass wir einfach wissen, was ist Sache. Ja, sonstiges, äh, kleines Web-Interface zur Log-Ansicht und, äh, Debug, LED, Blink, Scripty, Zeug. Sehr nützlich. Ja, äh, hier sieht man mich beim Einbau. Rechts ist der Rahmen zu sehen, wie er da an das Fenster montiert ist. Ja, hier nochmal sehr dunkel, äh, das fertige Teil. Ja, und dann, äh, so sah unser Web-Interface aus. Letztendlich, äh, haben wir dann schon gemerkt, beim Einbau waren schon einige Sensoren defekt. das war uns eigentlich schon so relativ bewusst, das war auch nicht so tragisch, das waren halt so ein paar Sensoren, die wahrscheinlich falsch ausgerichtet waren nach dem Transport, aber das war nicht tragisch, weil das war nur vereinzelt und so eine Fledermaus, die deckt mehr als einzelne Sensoren ab. Ansonsten war das ganz hübsch, also in diesem Web-Interface, äh, hat man oben eine Ansicht, äh, flippy-bits, das sind letztendlich, äh, Sensoren, wo halt erkannt wird, dass die ständig hin und her wechseln, obwohl eigentlich sonst nichts los ist in der Lichtschranke. Einfach damit wir schon so wissen, äh, was ist kaputt. Dann gibt es einen Zähler A nach B, äh, das war in dem Fall, glaube ich, was reingeflogen ist, und B nach A, was rausgeflogen ist. Es gab so ein paar Fehler, aber grundsätzlich war die Zahl schon ganz gut. Dazu steht noch Sonnenuntergang und Aufgang, weil Fledermäuse eigentlich nur zu den Zeiten halt unterwegs sind nachts. Ja, und dann gab es wieder Probleme. Na der Zeit sind viele Sensoren ausgefallen und wir haben viele Theorien gehabt, so, war das jetzt Kurzschluss durch Nässe, haben wir das Ganze nicht gut genug isoliert gehabt? Ist das Holz verzogen? War Wasser in den Röhrchen? Fledermauskot? Man weiß es ja nicht. Und dann waren es Wildbienen. Unsere Röhrchen scheinen sehr bequem gewesen zu sein. Ja, schade. Dann, äh, Wann habt ihr den Honig gehandelt? Hm? Wann habt ihr den Honig gehandelt? Äh, das weiß ich nicht. Da war ich leider beim Abbau nicht dabei. Ja, äh, dann Lichtschranke Nummer zwei. Letztendlich ist es das gleiche. Es muss, gleich Konzept, es muss schnell fertig sein. Die Elektronik wurde übernommen. Es ist jetzt halt ein rechteckiges Ding, was in einer Höhle montiert wurde, was weniger wildbienenfreundlich ist, wodurch wir da halt keine Bedenken hatten. Ja, äh, ich denke mal, in dem Bild erkennt man schon wieder, äh, Leider hatten wir von dem Aufbau überhaupt keine Aufzeichnung. Wir wissen nicht wieso. Unsere LEDs haben alle richtig geblinkt. Aber es war nichts auf der Karte. Das Ding ist nie online gekommen. Das war leider echt so ein bisschen mies. Ja, dann, äh, ja, dann, äh, Lichtschranke Idee Nummer drei. Also, unser Ziel war erst mal, wir wollen weniger Aufwand beim Verkabeln haben, weil das schon echt unangenehm ist mit diesen vielen Lötstellen. Dann war die Idee, wir schränken die Auflösung ein, wir gehen auf zwei Ebenen, aber bauen es so ein bisschen so, dass, wenn irgendwie nur einer unterbrochen ist, dass der Wert halt nicht zu sehr sinkt, sodass wir immer noch so ein bisschen so abschätzen können, ja, da ist eine unterbrochen, ist nicht so tragisch, das war keine Fledermaus. Dazu wollten wir dann noch das Licht modulieren und mit ein paar Standard-ICs filtern, einfach nur, damit wir, äh, Störlicht halt ausschließen können. Unsere Röhrchen waren halt anders montiert. In dem Aufbau waren die, äh, LEDs und die Fototransistoren ganz vorne in den Röhrchen, sodass die nicht mehr so extrem abgeschirmt werden und die Ausrichtung dadurch wesentlich einfacher war. Äh, ja, und letztendlich war das Ganze eher als schnelle Notlösung dann gedacht, äh, weil eigentlich wollen wir da mehr Auflösung haben, auch einfach in unseren Loks, damit es schicker aussieht und wir mehr Spaß dran haben. Und es ist halt durch Ausprobieren zustande gekommen. Ja, so sah das dann aus. Der Rahmen ist letztendlich wieder das Gleiche. Oben ist eine Platine, die man nicht richtig sieht, weil das Bild so dunkel ist. Und unten ist nochmal, äh, die Box mit der Elektronik. Das kannst du schon so machen, das ist dann aber leider kacke. Äh, ja, was da zu sehen ist, ähm, das Blaue ist unsere Stromversorgung. Die sieht halbwegs okay aus. Das Pinke ist, äh, der Eingang, der in unsere LEDs reingeht. Und das Gelbe ist das, was eigentlich aus den Transistoren hätte rauskommen sollen, aber eigentlich nur Müll war. Ja, das Ganze, äh, also unsere ursprüngliche Idee mit der Elektronik konnte man verwerfen. Ich hab da noch eine Notlösung gefrickelt, dass man das Ding so gerade so zum Laufen gebracht hat, aber das war echt alles andere als elegant. Das hat nur irgendwie halb funktioniert. Ja, dann ist jetzt die neueste Iteration der Lichtschranke. Das ist die vierte Iteration. Die Idee ist, jetzt wollen wir das Ganze multiplex machen, damit wir weniger einzelne Kabel haben. Wir wollen simple Komponenten nutzen, äh, letztendlich ein kleines SDM32-Board als Controller. Äh, Grundidee halt, dank Schiffregistern können wir das jederzeit erweitern, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es halt irgendwann zu viele Sensoren und dadurch zu langsam wird. Datenübertragung über USB. Wir können rein einzeln oder in kleinen Gruppen abscannbar machen, sodass man halt, äh, sich das so ein bisschen konfigurieren kann. Dadurch, dass es halt alles durch die Schiffregister durchgeht, hat man da halt sehr viele Möglichkeiten. Ja, und wir wollten halt Analogwerte lesen, ähm, einfach aus dem Grund, dass wir die Möglichkeit haben wollten, die LEDs auszuschalten, einen Messwert zu machen, sie wieder anzuschalten und noch einen Messwert zu haben, sodass wir halt Störlicht ganz einfach rausrechnen können. Ja, dazu, äh, ja, Schematic und tatsächlich haben wir auch schon eine Platine designt, die jetzt auch bestellt ist und die Tage kommen wird. Hier sieht man halt irgendwie, in der Mitte ist das Schiffsregister, außen die beiden Chips sind die Analogschalter, eine Reihe ist LEDs und die andere ist ein Fototransistor. Wenn man das Ganze spiegelt, das ist halt genau gegenüber, LED und Fototransistor, sodass wir letztendlich zwei Reihen von diesen Boards haben und, äh, damit unser Rahmen halt gebaut wird. Ja, das ist halt so letztendlich der Punkt, an dem das Projekt gerade steht, weil wir auf diese Platinen warten. Ja, dann springe ich mal zum nächsten Kategorie, der Ultraschallrekorder. Äh, ja. Ja, also die Frage war, ob wir uns für Fototransistoren entschieden haben, weil Fotowiderstände zu langsam sind. Jein. Letztendlich haben wir ein bisschen rumgetestet und haben einfach festgestellt, dass mit den Fototransistoren wir ein viel zuverlässigeres Signal rausbekommen. Ja, sonst noch kleine Zwischenfragen? Sonst am Ende noch, äh, gerne. Äh, ja, Ultraschallrekorder. Die Idee, wir wollen halt, äh, die Ultraschalllaute der Fledermäuse aufzeichnen. Die Laute sind abhängig von der Fledermausart, wodurch wir halt die Artbestimmung daran machen können, äh, egal, ob es in einem Gebiet ist, einfach im Wald oder so, oder in einem Quartier. Ja, und letztendlich gibt es dann, äh, zwei, äh, ein paar mehr Möglichkeiten, wie man das Ganze, äh, strukturieren kann. Das eine ist der Dauerrekorder. Der soll einfach durchgehend aufnehmen, egal, wo wir ihn hinstellen, einfach nur aufzeichnen. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn wir das Ding einfach nur in den Wald positionieren wollen. Äh, es gibt ein paar kleine Einschränkungen, zum Beispiel triggert der nur, wenn die Lautstärke über einem gewissen Schwellwert höher ist als unter einem gewissen Schwellwert, sodass wir so ein bisschen Kram rausfiltern können, wie irgendwie Rauschen von Regen oder sowas, damit wir nicht irgendwie eine ganze Nacht durch aufnehmen, weil es geregnet hat. Ähm, dann war die Idee, man kann das Ganze noch mit der Lichtschranke kombinieren, sodass wir halt einen Triggerausgang haben und letztendlich dann ein bisschen Pre-Trigger, ein bisschen Post-Trigger aufnehmen und das wegspeichern. Dann haben wir halt ein Lichtschrankensignal und gleichzeitig diese Audioaufzeichnung. Dazu könnte man das Ganze noch kombinieren, beziehungsweise das haben wir tatsächlich schon gemacht, mit einer Fotokamera. In manchen Setups ist halt hinter der Lichtschranke eine Kamera montiert, die halt ein Bild aufnimmt, sobald eine Fledermaus durchfliegt. Ja, und letztendlich haben wir dann halt das Signal der Lichtschranke, wir haben ein Kamerabild, wir haben die Lautaufzeichnung und wir können dadurch ziemlich genau bestimmen, welche Art es ist und damit unsere Lautanalyse dann auch verbessern. Weil wir wissen dann hundertprozentig, welche Fledermausart es ist und wenn unser Classifier sagt, dass es was anderes ist, dann wissen wir, dass wir da noch dran arbeiten müssen. Dazu gibt es noch ein kleines Subprojekt, was aber eher hinten angestellt ist. Die Idee ist, die Mikrofone, die wir verwenden, die sind relativ teuer. Also, wenn ich mich nicht ganz irre, dann kostet, glaube ich, das Teil, was wir momentan verwenden, 250 Euro. Das ist ein bisschen doof, wenn man davon viele Boxen bauen will und der Rest der Elektronik eigentlich auch super günstig ist, aber das Mikrofon dann so scheiße teuer ist. Ja, dann war halt die Idee, wir bauen das selbst. Hier ist mal so ein Mikrofon. Ja, man sieht wieder super viel, aber egal. Ja, das ist ein Mikrofon, wie es halt kommerziell zu kaufen ist und reingeguckt und letztendlich festgestellt, das ist halt der Mikrofonchip vorne. Es ist ein bisschen Kleinkram, ein paar Widerstände und sowas. Und dann kommt eigentlich auch schon der Analog-Digitalwandler in den Mikrocontroller und hinten kommt USB raus. Also nichts, was irgendwie nach großer Analogmagie oder sonst was aussah. Deshalb sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir da irgendwann mal eine günstigere Lösung machen. Aktuell benutzen wir diese kommerziellen Mikrofone aber noch, weil es halt, wir wollen den anderen Kram erstmal zum Laufen bekommen und wenn wir dann später Zeit haben, dann bauen wir da dran. Ja, dann noch ganz schnell SDR-Triangulation. Wir haben da so ein bisschen rumgetestet. Wir hatten mehrere Ideen. Also letztendlich erstmal so, wir haben ein paar Fledermäuse, die werden getaggt mit einem kleinen Sender. Der sendet alle paar Sekunden nur mal so einen kleinen Piepston raus. Und vorher war es halt so, dass man tatsächlich mit Handempfängern da stand und auf diesen Ton gewartet hat und dadurch wusste, wo sich die Fledermaus lang bewegt. Das ist wieder das Problem mit, man braucht Leute, die im Wald rumlaufen und das funktioniert auf Dauer halt wieder nicht. Deshalb dachten wir uns, ja, wir bauen ein paar Stationen auf und entweder anhand der Signalstärke oder tatsächlich Laufzeitunterschiede können wir feststellen, wo befindet sich der Sender und damit halt, wo befindet sich die Fledermaus. Naja, also das Projekt ist wegen mangelndem Fachwissen über diesen ganzen Software-Defined Radio und generell Funk-Kram eher auf Eis gelegt. Zusätzlich noch ein bisschen verkompliziert, weil die Qualität von billigen SDR-DVBT-Sticks, wie sie hier unten zu sehen sind, eher nicht so super ist. Und naja, dazu kommt auch noch, Tests sind schwierig, weil gerade für Laufzeitunterschiede bedarf es natürlich sehr große Testaufbauten oder teures Messequipment, was wir halt nicht haben. Ja, sonstiges Strom. Teilweise haben wir einen Stromanschluss, also auf diesem Dachboden, was halt unser Haupt-Experimentierplatz ist. Da haben wir tatsächlich einen direkten Anschluss ans Netz und das ist ganz nett. Da können wir halt durchgehend aufzeichnen, ohne uns irgendwelche Gedanken drüber zu machen. Ja, Solarstrom ist eine Idee. Ist natürlich so ein bisschen blöd, dass die Fledermäuse nachts aktiv sind. Das heißt, wir müssten die Energie halt tagsüber speichern und dann nachts nutzen. Ist aber andererseits auch wieder ganz gut, weil unser neuer Lichtschrankenaufbau relativ wenig Strom verbraucht, während er misst. Aber der UMTS-Stick und alles, was damit verbunden ist, tatsächlich wieder viel Strom verbraucht und das können wir halt tagsüber machen. Von daher passt das so einigermaßen. Ja, und alles sollte halt später dann möglichst energieeffizient sein. Bei der Lichtschranke haben wir halt die Möglichkeit, dann zu sagen, in Aufbauten, wo wir über Akkustrom laufen, scannen wir immer nur eine LED gleichzeitig, wodurch das Ding halt wenige Milliampere verbraucht. Das Raspberry Pi kann man eventuell, Beaglebone, was auch immer wir verwenden, kann man ein bisschen runter takten noch. Dann spart man da auch noch ein bisschen. Ja, und letztendlich halt an allen Ecken und Kanten ein bisschen Energie sparen und alles, was Strom verbraucht, dann nur tagsüber anschließend, wenn wir halt Solarenergie haben. Ja, dann gab es noch ein paar weitere Ideen, zum Beispiel, ich habe jetzt nur ein Beispiel hier, die Kooperation mit Amateurfunkern. Das wurde auch schon mal so ein bisschen angesprochen bei so ein paar Leuten und ist auf ganz guten Anklang getroffen. So, hey, wir senden mal so eine Fledermaus durch Deutschland und also, die wandern jedes Jahr einmal vom Süden in den Norden, glaube ich, und zurück und werden dann betaggt. Ja, und wollt ihr denn nicht mal irgendwie eure Funkgeräte auf diese Frequenz stellen und einfach mal lauschen, ob da was kommt? Soweit ich weiß, sind da auch so ein paar Rückmeldungen gekommen. Es war aber eigentlich nicht genug, dass man sicher den Pfad dieser Fledermäuse halt dadurch bestimmen konnte. Was teilweise auch daran liegt, dass die Tiere halt den Weg über große Waldflächen bevorzugen, wo eher weniger Amateurfunker unterwegs sind. Ja, dann, ja, Kontaktdaten, also meine Webseite ist lukas.im, ansonsten überall im Internet bin ich eigentlich lukas2511, im ERK, auf GitHub, auf Twitter, eigentlich überall, außer auf Twitch, aber das ist auch egal. Ja, und, ja, gibt es Fragen? Die Mikrofone, die ihr hier verwendet, sind das handelsübliche oder sind das gerade für Ultraschall vorgesehen, also in der Bandbreite begrenzte? Die Mikrofone, die wir da verwenden, sind tatsächlich auf Ultraschall ausgelegt. Wir haben mal so ein bisschen rumgeguckt, einfach nur normale Mikrofone, die sind aber tatsächlich im Ultraschallbereich eher weniger empfindlich, was tatsächlich auch gewollt ist, weil das bei Sprachaufzeichnungen ein bisschen ungünstig ist in der Regel und auch die Analog-Digitalwandler, die meisten, die man kaufen kann, sind halt tatsächlich eher so auf dem Bereich zwischen 0 und 20 Kilohertz ausgerichtet, was halt leider nicht ganz für unsere Zwecke passt. Wir brauchen eher, ich glaube so, bei 40 muss so, 40 Kilohertz muss so der Sweet-Bot von dem Mikrofon liegen. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, weil ich tatsächlich bin Funkamateur. Vor drei oder vier Jahren war einer Funkamateur mal ein Bauvorschlag für einen Downmischer über mehrere Frequenzbänder von einem Fledermaus-Detektor, der das tatsächlich aufgeteilt hat, damit er in Echtzeit auch den charakteristischen Klang direkt live generieren konnte und der hat ein Analog-Mems-Mikrofon genommen und hat da vorne ein Trichter-Mikro gesetzt, was er aus Messing gedreht hat oder was man wahrscheinlich auch 3D drucken könnte und die sind auch gar nicht so teuer. Man muss halt nur darauf achten, dass man nicht die digitalen bekommt, die man mittlerweile von SD-Micro-Electronics, da ist auch so ein SDM-F4-Board ist eines drauf. Das gibt es auch in Rhein-Analog, die gehen bis 100 Kilohertz. Ja, also wir haben da schon mal so ein bisschen rumgeguckt. Wir haben tatsächlich auch welche bestellt, das sind aber Digitalchips. Das sind aber tatsächlich die einzigen, die wir auf dem Markt gefunden haben, die bezahlbar waren und die tatsächlich empfindlich sind im Ultraschallbereich. Analog haben wir halt erstmal die Finger von gelassen, weil wir uns da halt nicht so wirklich auskennen und die Umwandlung dann halt eher kompliziert ist. Aber wir werden uns das Ganze auf jeden Fall angucken und in diese Richtung gehen, wenn wir diese Mikrofone dann irgendwann bauen. Ja, ich glaube unsere Sampling Rate, die wir normalerweise nutzen, ist momentan 250 Kilohertz, Kilo Samples. Und ja, das ist glaube ich auch so das, was die Leute, die da Ahnung haben, was die Fledermäuse so sprechen, meinen als notwendig zu haben. Ja. Wie schaut's aus? Hast du genug Ahnung mir zu sagen, ist das Signal, was von der Fledermaus kommt, individualisiert auf die einzelne Fledermaus oder hört sich das bei jeder Fledermaus gleicher Art für euch identisch an? Ja, das ist so ein bisschen kompliziert. Also zum einen, wenn wir mehrere Sender verwenden, dann sind die alle leicht unterschiedlich in der Frequenz, sodass wir die voneinander unterscheiden können. Der Ton, der rauskommt, ist letztendlich so ein bisschen damit verbunden, wie viel Strom noch auf der Batterie ist. Ja, aber ansonsten gibt es keine digital codierten Signale oder sowas, die uns eine Seriennummer der Fledermaus geben oder so. Nee, ich meine jetzt nicht der Sender, den ihr den Fledermäusen anpappt, sondern das Ultraschallsignal, welches die Fledermaus von sich aus sendet. das ist artenmäßig, kann man das relativ gut erkennen, das tierspezifisch zu machen, ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Denn wenn ich mir darauf eine Triangulation vorstelle, ja, nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gehört. Hat man mit Flugzeugen und entsprechenden Echos durchaus schon probiert. Jetzt war nur die Frage, ist das in eurem Scope drin? Bei uns ist momentan, wir sind relativ froh, wenn unsere Lautanalyse mal funktioniert, dass wir zumindest die Art einigermaßen zuverlässig bestimmen können. Vielleicht geht es irgendwann so weit, dass wir tatsächlich Tiere relativ genau identifizieren können, aber das, soweit sind wir da noch lange nicht. Nächste Frage, ich weiß, dass man bei einigen Digitalkameras vorne nur einen Filter wegnehmen muss und sie sind durchaus auch im Infrarot-Bereich zu gebrauchen. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Also was Kameras angeht, letztendlich das mit den Fotos, das passiert bei uns momentan nur an manchen Testaufbauten, das ist auch nicht so wichtig, das wollen wir später auch gar nicht haben, das brauchen wir nicht, weil wenn wir die Lautanalyse einmal haben, sodass wir die Art bestimmen können, dann brauchen wir diese Fotos einfach nicht mehr wirklich, außer in manchen Einzeltests, aber das sind auch keine Daten, die man gut wegautomatisiert bekommt. Ja und ansonsten, wir haben auch mal überlegt, ob man vielleicht einfach eine Infrarot-Videokamera hinhängt, da ist so ein bisschen das Problem gewesen, die Auswertung des Videos, haben wir mal so ein bisschen mit rumgespielt und das war tatsächlich komplizierter, als es im ersten Moment aussah, bestimmt machbar, wir haben es nicht so richtig hinbekommen und wir hatten auch so ein bisschen Probleme, weil die Fledermäuse sind tatsächlich sehr schnell und man hat irgendwie relativ wenige Frames gehabt und wenn man dann das Ganze so ein bisschen mit Blende und sonst was eingestellt hat, dann war nachher nicht mehr so viel zu sehen, dass man da noch irgendwie, naja, tja. Zwei Fragen, erste, die von Adafruit oder Wattrott erhältlichen Mikrofonen, also Ultraschall-Kapseln sind zu unempfindlich für euch. Die Module von Adafruit sind so weit, ich weiß, jetzt eher nur gedacht als ja so als eine Art Radar sozusagen, so Abstandsmesser. Die Kapseln selber sind glaube ich irgendwie auf 25 Kilohertz ausgelegt, was uns ein bisschen zu tief ist, bestimmt machbar, aber letztendlich benutzen wir dann lieber direkt was, wo es halt wirklich auf die Frequenz ausgelegt ist, die wir haben wollen. Also wir haben halt Frequenzen leicht unter 40 und leicht über 40 Kilohertz und die 25 Kilohertz, auf die halt dann die anderen Mikros in Anführungsstrichen ausgelegt sind, das ist halt zu wenig dann. Die nächste Frage, wo ich dann draufbauend dann gewesen, wenn ihr bislang für den Ultraschall nur einen Rekorder, also eine Punktsensor einsetzt, wie wäre das denn dann eine Matrix, also auch eine Art Richtmikrofon aufzubauen? Ja, haben wir schon mal darüber nachgedacht, das Problem ist wieder das Ganze erstmal zu bekommen für unsere Testaufbauten. Es gibt so ein paar Sachen, aber so wirklich das, was wir uns da vorgestellt haben, haben wir noch nicht so wirklich gefunden. Oder es war sehr, 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 sehr teuer. Ja, deshalb ist das auch hinten angestellt. Aber sowas werden wir definitiv auch später uns nochmal angucken. Ja. Die Sender, die die Fledermäuse bekommen, in welchem Frequenzband senden die? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es waren irgendwie so 250 Megahertz. Das sind lizenzierte Sender, keine Ahnung. Ja. Das gibt vom Franzis Verlag so einen Elfledermaus Detektor. So einen Bausatz. Wie weit kann man das benutzen? für das? Ich habe den mal benutzt und das macht so ein tockerndes Geräusch, wenn die Fledermaus in der Nähe ist. Das hilft natürlich nicht. Das macht ein tockerndes Geräusch, wenn ein Ultraschallgeräusch in der Nähe ist. Passiert tatsächlich bei Regen, bei Wind, bei Grillenzirpen, bei, wir haben das schon so ein bisschen mit rumgetestet. Okay, also. Ja. Ne, wir erkennen damit alles, auch Fledermäuse, aber halt auch alles andere. Eine Frage habe ich noch zu den Sendern, habe ich jetzt nämlich nicht im Kopf. Wie lange sind die Sendesignale? Also ansonsten könnte man so einen Spanndaupeiler oder so nachbauen und dann hätte man eine Richtwirkung. Ja, also letztendlich die Signale sind immer so ein ganz kurzes Piepsen im Abstand von ein bis zwei Sekunden. Wir haben tatsächlich auch schon mal so Skripts gebastelt, die halt dieses Piepsen erkannt haben, aber wir brauchen halt so eine Signalstärke oder eine Laufzeit, damit wir halt dieses Signal sinnvoll nutzen können. Ansonsten müssten wir viel zu viele Stationen haben, die irgendwie stark einbegrenzt sind, was sie empfangen können, damit das sinnvolle Positionsdaten gibt. Das meinte ich halt. Ich brauche halt ein Signal im knappen Sekunden Bereich, wo ich einen Träger brauche, um einen kompletten Durchlauf der Umschaltung der Antennen durchzuführen. Weil mit nur ein paar Zentimeter nebeneinander stehen, das ist nicht drin. Also wir haben auch einen Amateurfunker noch, der so ein Angebot hat, mal was machen zu können. Letztendlich haben wir dann mal so ein bisschen nachgefragt und er meinte auch, ja, ich kann euch so einen Schalter bauen, der halt irgendwie zwischen mehreren Antennen hin und her schaltet. Aber ja, so weit sind wir dann leider noch nicht wirklich gekommen, weil ja, billigen SDRs dann auch das Piepsen noch aus dem Rauschen rauszufiltern, wenn es ein bisschen weiter weg war. Werden wir irgendwann später uns angucken. Die anderen Projekte sind uns tatsächlich momentan wichtiger, weil wir da halt schon Erfolge sehen und ja, das Ganze dann möglichst schnell jetzt einfach mal wirklich ins Feld Ja, sonst noch Fragen? Ne, keine Fragen mehr, gut, ja, dann beende ich an der Stelle meinen Talk. Ja. Ja.